Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute sind wir wieder einmal sehr früh unterwegs. Also es ist jetzt gerade 6 Uhr. Ich fahre die Lingo Calle. Und dann fahren wir hier schon los. Also ich habe gestern am Abend schon alles eingeladen. Am Morgen haben wir schon geputzt. Und dann fahren wir nach Hindubank, genau wie gesagt ein Aschblei. Dort liegt immer nennen wir das Aschblei Derby. Ich starte in der deutschen Stufe. Das sind 70 cm. Und es ist noch etwas die Allzeit gewertet. Also ist es eigentlich einfach ein langes Green Jump. Oder halt eben ein Derby. Und ich will einfach, dass er schön durchläuft. Ohne irgendwie zu verweigern oder so. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Und dann geht es in zwei Wochen schon an das CAC in Bern. Und in drei Wochen dann an das Green Jump Finale in Bern. Und dann ist unsere Saison schon durch. Also geht es heute an das drittletzte Turnier. Und dann geht es heute mit der Seele. Und dann geht es heute mit der Seele. Und dann geht es heute mit der Seele. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020